3, 2, 1, los! Und los geht's, juhu! Nummer 1! Space macht wieder Kitz! Nummer 2! Space, weiß nicht, wie der komplett alles wiederkommt, nice. Boah, ich hab so viel Stuff hier. Das ist insane. Was mach ich denn mit dem ganzen Zeug? Verschenken? Wollt ihr was? Ja, ich brauch echt nichts. Ich hab voll die. Nummer 3! Yay! Das geht voll ab, Alter. Ja, da kommt irgendwie einer nach dem anderen und die lassen sich halt einfach alle killen. Oh, Micha. Ehe, übrigens schon seit 2 Minuten, glaube ich. Ja, du hast zu viel Geld. Oh, Aron, du fällst nicht. Aron, bitte! Hast du irgendwie Stärke oder so? Nee. Nö. Oha, schau. Irgendwann! Die mit Doppelhöchst. Na, noch ne Pearl Wasten vielleicht, Bro? Na, fuck, man! 2000 Jahre später. Na, Spatzi? Ja, was ist? Willst du mich jetzt endlich richtig schön penetrieren? Ja, komm in die Mitte. Komm in die Mitte einfach. Wo bist du, Alter? Was machst du? Ich bin in die Mitte. Du bist oben in die Mitte, weiß ich nicht genau. Machst du da oben, Alter. Ich hab da geschaut, ob da noch Loot ist. Was war das? Das war ein bisschen. Oh, ich hab mir eins von diesen Hüter gekauft, die man überall auf diesen Facebook-Videos sieht. Ja, Noah, was ist los mit dir, ha? Das ist, ich hab zwei dir gemacht, ja, hast du. Komm, gibst du wenigstens auf den Kopfschluss. Ja, klar, gibst du. Oh, fuck. Ich hab ja auch wirklich nur Schad zwei gemacht, wenn ich gleich Schad drei. Gegen mich schon so viel Schaden gemacht. Ich hab gegen dich keins gehabt. Junge, wie viel Heal hast du denn? Ja, das ist toll, das ist jetzt auch noch. Klar. Ja! Oh mein Gott. Was? GG. Oh Gott, ich hoffe mal, mein teammate hat Equip für mich. Ansonsten sieht das nicht gut aus gerade. Kann der mir jetzt Stuff geben? Der gibt mir nix. Scheiße. Ah, ein Zweierteam, geil. Oh, bin ich wohl down, ne? Nice. Ciao. Fein. Er staubt ab. I rennt, man. Wir waren in der Hürde mit einem verfickten Zweierteam, die besser aus der Equip hat, noch nicht viel lieber. Du, ist voll, voll gut, also. Nice, ich hab nochmal zwei. GG. Na drüben sind noch zwei. Dann geht's weiter. Das war gerade echt stark gemacht, man. Noah, wie viele Punkte? Oder lebst du noch? Was für eine Frage ist es, bitte? Normale Frage, lebst du noch? Ja, nein. Jetzt tut es, okay. Null Punkte. Nee, elf. Ähm, Vorrunde zählt, war es bei mir, ne? Hab mal gemacht. Ciao. Kehrt noch ein. Aber für Space, wirklich. Das war ein richtig schlauer Zug von Space. Oh, halbiss. Nein. Komm schon, teammate. Ich glaub an dich. Nur hast du es gesehen? Oh, ich bin one-hit einfach tot. Scheiße. Hallo, meine lieben Leute. Allian, meine lieben... Also Space auch in der Mitte ist. Oh, mich auch. What the fuck? Oh, da baut es jemand hoch. Ciao. Oh, der bekommt kein Lockback. Da kommt noch einer. Okay, mit zwei. Oh, Noah, du Lacker. Das nennt sich Scale. Alter Verwalter, was mach ich jetzt? Bye, have a great time. Nummer eins. Ah, der bekommt neuer Lockback. Hier, moin. Wahrscheinlich, oder? Moin. Skate up, mate. Wie viel Healing hast du denn? Ja, wie viel hast du denn? Gar nix. Wie viel hast du denn? Er chuckt halt einfach durch. Und Noah kam schon wieder von hinten, um zu cleanen, Alter. Ich weiß, wenn das schon wieder Noah war. Ja, doch. I won't hit, Mann. Bekomme ich wenigstens den Kill? Ich bekomme den Kill nicht. Was ist das? Oh, ist im Wasser. Ah, ist im Wasser. Oh, Mann. Ach, sein teammate ist da oben und der andere ist da unten. Jan, moin. Das war es wieder komplett, ne? Was ist los bei dem? Oh, Finale. Nur mal. Ja, ich bin hoch. Ja. Glaubst du, schaffst du das? Oh, TNT. Ja, moin. Nein. Hi, was geht ab? Ich habe keine Schneewelle mehr. Hey, du glaubst mir auch noch? Oh, fuck. Ich habe halt wirklich keine mehr. Oh, scheiße. Hi. Na? Und Starbz oder Potzwein? Hm. Die Mischung draus. Ruder muss groß. Oh, nice. Und bin tot. Ja, was? Ich habe beim One-Stick verkackt. Nein. Nice. Ich habe Steve Heiss. Ich auch. Wir haben so viel gemeinsam. Ich habe, meiner läuft mir einfach hinterher. Mein Mate geht an den Chests, die ich bereits gelootet habe. Meiner geht auch an eins. Du hast in die gleichen Chests. Ja, same. Moin hat mir alles. Moin hat es folgt hier. Ich habe nichts. Ich habe keinen Rüstungsteil. Ja, ich würde sagen, das ist auf alle Fälle fair. Ja. Report wegen Team-Strolling einfach machen. Vielleicht wird irgendwann bearbeitet. Du siehst du. Hier, guck mal. Ein. Zwei. Nice. Nice. Also nochmal zwei. Drei. Vier. Wow. Nice. Das läuft da. Können Sie meinen Kill, Mann? Nee, ich hole ihn. Ja, nice. Ich habe ihn. Sehr schön. Das sind zwei. Hi, ihr. Euch töte ich auch alle. Kommt her, Leute. Go, go, go. Ja, der ist weg. Ah, das ist aber echt. Ich töte ihn erstmal. What the fuck? Jetzt kommt da ein anderes Team und tun mal eine Kills. Die Minis. Okay, dann wäre es tot. Spiel hier. Aber er hat mal ein Tool-Hit. Und? Noch ein. Was? Nein, der hat meinen Kill geklaut. Das war die Nummer 8. Ich will jetzt die Runde doppelt nehmen. Ja, das stimmt. Aber es ist zu spät. Wow. Hey, du. Und ich habe Speed. Oh, der nächste ist tot. Nice. Sehr schön. Jetzt habe ich doch 8 Kills. Achtung, mein Teammate kommt. Okay, er geht. Oh, er ist wieder da. Was? Hi, Mate. Äh, der Gegner. Oh, ciao. Das war der Mate von Noah. Okay, rip. Okay. Hi, Noah. Komm, Phoenix. Kämpf gegen Space. Ja, ich würde ja nie mitkommen. Wenn jeder mal was machen würde. Michael, komm du wenigstens rüber. Ja, ich würde ja kommen, du haust dich eh mit Schneebeln oder so'n Scheiß runter. Er war nicht in der Mitte. Ich komme doch gerade aus der Mitte. War ich weg gerade? Nee. Ja. Sag doch, nein, der staubt doch gleich ab, Idiot. Ein paar Sekunden später. Was? Nein. Ehrenlos. Ehrenlos. Titi. Ich habe schon auf Anfang eine Ender-Paddle bekommen. In der Mitte. Und dann töte ich dich gleich in der Mitte, okay? Nee. Oh, da ist einer mit meinem Skin, ey. Den muss ich direkt hier, direkt als erstes killen. Dann gibt es hier zwei Ringe. Ich gehe jetzt wieder verschießen. Ciao. Okay, viel Spaß. Er läuft weg, Mann. Oh, fuck. Okay, weiter geht's. Komm her. Oh, Mann. Er rennt wirklich noch weiter weg, ey. Das kann doch nicht sein. Jetzt pölt er sich sogar weg. Oh, mein Gott, ich habe so was echt. Oh, ich habe so was echt. Uh. Ich werde von hinten angegriffen. Das kann doch nicht sein. Junge, ich habe ihn. Nice. Der nächste. Nice. Habe ich auch. Den will ich. Den will ich, dass du den haben willst. Den hole ich mir auch. Ja, komm doch rüber. Mach ich auch. Ja, er kommt. Ah. Was? Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er dich schön von mir aufschaut. Ich gehe safe. Ah, fuck. Boah, gut. Nein. Du hast gedacht. Kannst du den ESA abschrauben? Oh, Gott. What? Du willst seinen Kill und ich will euch beide. Oh, von hinten. Als ob der Typ jetzt ankommt und mich von hinten killt. Never. Eine Ewigkeit später. Was ein spannender Kampf. Micha, ich glaube, du stirbst noch. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, glaube ich auch. Dumm. Was ist das? Hat er sich jetzt komplett selbst gekriegt? Er ist einfach runtergesprungen. Ach, scheiße.